Oh, Creeper, komm her, ich will dich knuddeln. Nein, du bist so weit gelaufen. Das gehört ich eigentlich nicht. Ach nee, das hab ich ja... Das dahinten ist ein Loch im Berg. Das sieht so aus, als ob ich da mit einer TNT-Kanone reingeschossen hätte. Ach, da vorne ist ja eine Schlucht, glaub ich. Äh, ja, hier ist ein Chunkloch. Hä, wo ist die Schlucht? Genau, 36. War nicht ganz einfach. 36, muss ich da noch nicht. Das mitnehmen, das mitnehmen. Das passt. 3... Mach es doch nach Koordinaten zu laufen. Ach, Plus, ich bin auf Minus. So. Ja, muss ich in die Richtung. Oh, die Hände. Ich höre die Spinne nicht mehr. Ja, das hab ich erwähnt. Ja, das hab ich erwähnt. Ja, das hab ich erwähnt. Ja. Ja, das hab ich noch nicht. Oh, das macht sich das nicht praktisch. Hier liegt ein Pfeil. Was? Sag mich nicht, dass du nicht. Oh, das ist ein normaler Wald. Nee, ne? Kann man nicht einfach machen, kannst du schon wieder nach Hause und füllen uns alle hin. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Hier? Ah, das ist unten! Jetzt bin ich mir noch ein Weigelung. Was ist das, die Pinne? Ich bin lieber in die Höhle, denn ich geh mal zur normalen Wald. Ich habe vergessen, ich muss noch einen Weigelung zu Hause setzen. Da ist keine Flucht. Wir haben noch ein Loch. Wisst ihr noch, wo wir wohnen? Oh, noch da vorne. Waren die Bogen nicht gleich vorne gelb noch gewesen? Verstehe. Waren hier noch mal dabei? Das könnten wir auch immer Hundis hier bekommen. Ja. Ich will Hundis. Leck und eine Riesenschlucht. Wo ist denn Schlucht? Wo hat er Schlucht gefunden? Wo bist du? Den kann ich mir echt sagen. Nein. Gibt es keine Minimale drinne? Ja, der hat aber nicht der Minimale, wenn der Kotz. Das ist aber dahinter ein Name. Ist das denn mein? Bewegt er sich? Ich bin oben. Ah, ich sehe deinen Namen. Ich bin unten. Ja, hi. Ich bin hier unten. Willst du das Ding mal raus? Oh. Oh. Doch. Hier ist bei mir ein riesiges Chunkloch. Hallo. Deswegen ist es hier hell. Toll. Und ich schieße die ganze Zeit ein Skelett ab. Und das ist so groß. Bei mir fliegt ihr am Flugzeug vorbei. Irgendwie fliegt bei mir immer an der Auferenflugzeug vorbei. Was findet ihr hier auch immer an? Hm? Wieso? Was soll das heißen? Ich kann hier eine Treppe runter bauen. Hallo, Mist. Hier, bohrt deine Treppe runter. Ich geh in eine Hölle rein. Nee. Eine Fackel dabei. Eine Fackel. Und facke die Schlange und setz sie. Wo seid ihr? Ja. Deine Kopfhörer gehen durch deinen Helm. Soll ich Helm holen? Oh. Oh. Das ist mir so hoch. Hier, hier. Hier drüben. Hier drüben. ?! Ja, hier drüben. Guck mal drüben. Guck sofort her! Ich hab' so'ne Fonree. Irgendwie ist es dumm, was ich gerade mache, aber... Das ist Kohle. Nee, und hier unten ist nichts. Jetzt muss ich mich wieder hochgraben. Kohle wird uns aufbauen. Kann ich wieder hochkommen? Rede, 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 rede. Ich rede. Sojau, sojau. Ich rede sojau. Sojau. Wir haben die Kohle abgebaut. So, wieder hoch. Das A. Ähm, da, da, da... Ich bin geschossen. Ich zieh das Skelett. Lass sie in Ruhe. Lass es mal nach Hause gehen, die Sonne geht unter. Nur so zur Info, Tommy isst eine Katze. Nee, ist der Dick. Ich werde es in Ruhe. Hilfe! Ganz viele Viecher, ganz viele Viecher, ganz viele Viecher! Leute, das wird nackt. Ganz viele Viecher, ganz viele Viecher! Ich habe mich eben schon gesagt, dass es nachts wird. Aber niemand hält mir ja zu. Nee, guck mal! Nach vorne! Sagen wir hier nach Hause. Warum rennen? Nein, ich leck hier! Nach Hause ist dein unterschiedliches Bett. Sonst leg ich mich rein. Ich weiß einfach... Sie haben auch keine Treppe nach oben, oder wie. Ja, hochbauern kann ich mir auch. Lass Frau Katze... Mann, da töten! Du, 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 du... Du, 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 du... Du, du, du... Kiwi! Wie? Er... Hallo! Hier doch ein Skelett! Hallo, hier ist euer neuer Nachbar. Ich bin zu Hause. Au, au! Ich kann nicht nach Hause! Wurde irgendwas übertragen? Kann ich nach Hause, ich habe noch... Was? Also ich muss noch... Ich stelle jetzt auch noch die Kombination von Mion so auf. Mein Blogger was schickt und so. Wie soll ich denn hier aus der Höhle rauskommen? Na, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Kann ich mir nicht einfach so hoch bauen. Bitte baut nächstes Mal ne schicke Treppe. Oh, ist das zu Hause? Ah! 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 Alter, ich sehe nicht! Ich steh nochmal auf. Ich sehe einfach andere Spruche. 25 Glas. Da ist 9 Kohle. Meine 9 Kohle. Ah! 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 Ich will jetzt nicht antatschen. Ich will nicht antatschen. Ich will nicht antatschen. Ja, antatschen. Ah! Ja, antatschen. Ah! Nicht antatschen. Ah! Ich habe keinen Klingel. Ich habe nur einen Block. Ah! Ich brauche meine Klingel. Ich wollte gerade sagen... Da ist eine Spinner. Ah! Ich will mal mit rein! Ich kann nicht pennen über Monster nebenan, NOBODY MAAAAAAA! Let's call that monster nearby. Hey, ich liege! Stirb! Warum könnt ihr wohl schlafen? Hm? Warum könnt ihr schlafen? Es geht! Was können? Pencil? Stift? Pen Pencil! Pen Pencil Pen Pencil Nein mein Schwert! Kiste bei ne Katze! Nicht antatschen! Los, nicht antatschen! Das ist meine Kistel, sie gehört ich. welche holt und welche eisen für den eimer und so also ich hab schon 36 eisen haben wir kohle um genau zu sein ja ich habe erde gotterin ich habe erde ich habe erde ich hab 53 jahre erde ich brauche erde auf der eimer ausland was in eimer woher hast du das eisen aus der mutter erde ja hey mein eisen meins denn es ist eine karte ich tanze im körper so kann ich mir den eimer ausleihen ich gehe jetzt auf wasser super und ich hole uns wasser gefunden nein ich meinte für den leiterrahmen doch ich habe auch holz aber man kann ja nie genug verboten ich dachte wir brauchen aber das ist was denn anderes holz was meinst du zu hier ganz großen lagerraum wo wir alles lagern und ein lagerraum wo alles lagern alles wirklich alles rein tun warte wo wo soll die farm hin kannst du bitte jemand anders fragen das klingt voll positiv wenn wenn falls auf ich habe gesagt klickt im herr und wenn wir pass ihr auf ja jetzt hier gucken wir auch noch mal wir müssen schneiden Vielen Dank.